So, hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wobei, gemäß der Statistik sind es eigentlich nur Zuschauer, aber, hmm, flieht ihr Narren, oder bleibt hier am besten, ja genau. Okay, wunderbar, also wir sind jetzt hier mitten in unserer Gerilla-Taktik, holy shit on you, ja genau, verregt dort hinten. Lasst mal die Kiddies raus. Okay. Und noch was Zeug kaputt. Wunderbar, und ein Tempel auch grad. Super, dann hat er keine mythischen Einheiten mehr. Was, 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 oh no, nein. Und ich jetzt auch nicht mehr. Ah, crap. Aber keiner geht mehr auf den Keks. Ok, ich hoffe sie kommen nicht so weit und das tun sie auch nicht wunderbar, aber wir machen jetzt alle sowas. So, und zwar, genau, wunderbar. Oh, 150, natürlich. Wunderbar. So, jetzt sollten die Truppen hier sein, denn die beiden Tempel sind zerstört. Ok, wunderbar, wir sind mitten in seinem Gebiet jetzt. Finde ich fair. Soweit. Andererseits leider haben wir kein Behemoth mehr. So. Ok, versuchen wir es nochmals. Nächster Versuch. Ok, ich speichere vorher noch kurz. Ok, und jetzt machen wir es einfach zuerst von da hinten angreifen, dann von da vorne. Von da hinten, von da vorne, von da hinten, von da vorne. Ok, genau so. Einfach eine wunderbare Guerilla-Taktik. Holy Crap. descub! Rupus! Hey, 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 hey! Nicht flächwerden, jungs. Er kriegt auch eure Chance dran zu gehen. So, holen wir uns zur Stadtzentren zurück. Ich habe das Gefühl, sie schaffen das nicht, aber es blinkt immer noch. Hauptsache, die Truppen kommen und die Werden kommen. Wow, er schickt seine Esel bis dahinten. Ja, das ist nett. Okay, es brennt nicht einmal bis jetzt. Da kommen schon die Truppen. Okay, Ladies, wir gehen wieder. Stopp us. So. Der nächste Angriff von hinten. Ja, bleibt da. Das ist wunderbar. Super. Er kann da bleiben. Das wäre. Da hätte ich gar nichts dagegen. Okay, weiter. Da wird zumindest ein Teil der Truppen nicht dort finden. Und all die Titten sind auch nicht, aber da. Woher ist die Titten? Hey! Tittery! Titten! Ratscha! Titten! 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 Ah, wunderbar. Das war ja klar. Gut, das ist für ein Papa. Ok Jungs, in dem Fall viel Spass, vorausgesetzt hier kommt überhaupt durch, aber er sollte da nicht durchkommen. Ah, interessant. Kann seine Unterwelt was machen? Kommt Ladies. Oh oh oh, was? Oh Gott, jetzt hatte ich Angst. Ah, ok, 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 das ist nicht mehr gut. Ok wunderbar, das hat nichts gebracht, außer dass all seine Truppen jetzt hier sind, ja? Da hat eine verdammt fette Stadt hier hinten. Gut, 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 gut. Gut, dann machen wir es weiterhin wie gewohnt. Das raucht hier schon ein wenig. Holy crap, das sind ja Truppenbisten, geht nicht mehr. Na ja, das wird lustig. Und lau. Gut. 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 Ok, das war ein nächster Versuch. Wenn ich nicht etwas Glück schaffe, dann hörst du es vielleicht sogar. Ja, das war ein ganzes Druckensens dahinten, also ein Versuch ist es schon wert. Wir haben da eine äusserst ausgeprägte Nahrungssammlung. Wunderbar, ok, also zweiter Versuch. Ok, es sei zu, dass ihr das Zeug platt macht. Ok, nein, werdet ihr nicht, aber... Wo werden jetzt die ganzen Truppen da weg? Interessant. Also finde ich fair, aber... Ja, Brenn, Stadtzentrum, Brenn. Vielleicht sollte ich das noch machen. Ah! Ich hab so langsam, könnten wir aber... Nachschub bauen. Ok, Rückzug. So. Ah ja, das Stadtzentrum sieht nicht mehr so ganz aus und seine ganzen Truppen sind jetzt auch weg von dort zumindest. Und so. Ja, das ist leider nichts. Ok. Also eben, wie gesagt, das ist jetzt eine reine Guerilla-Taktik, eine reine Guerilla-Taktik. Ja. Viel mehr kann ich auch nicht. Gut, ich könnte jetzt einfach eine sehr grosse Menge an Truppen basteln. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ok. Jetzt machen wir ja nach oben, sowieso schon nach oben. Stopp uns. Zurück. Was schwingt da? Legal. So. Boah. 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 Erschlust. 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 Wunderbar, dann machen wir das schnell kaputt. Ok, aber er hat da Truppen. Immer noch. Wieso? Wieso hat er bei hinten Truppen, ne? Wie viele Truppen hat er die Bebracht? Ich glaube, das ist sehr unglaublich. So viel kann man gar nicht haben. Ich glaube, ich sollte das Ding wieder zerstören. Oh, mein Gott. Hm. Gut. Das war jetzt nicht wirklich effizienter. Aber. Aber wir haben da einen weiteren Tempel zerstört. Das ist schon mal sehr gut. Seine Stadt wird langsam kleiner. Hm. Und da hinten hat er natürlich einen Haufen von Militärgebäuden. Und Häuser. Ok, er hat verdammt viele Häuser. Also es kann sein, dass er tatsächlich so viele Truppen herstellen kann. So. Und jetzt hoffentlich wird das Stadtsentrum da endlich ganz zerstört. Ja. Ja. Also sehr... Super. Wunderbar. Sehr spannend. Wisst es jetzt gar nicht. Aber... Die Ria-Taktik ist halt relativ langwierig. Und ich versuche jetzt schon mal ein wenig... meiner Hausruhe zu folgen. Also... Nur die mythischen Einheiten. So wollte ich es kann. Aber... Ja. Am Anfang von der Folge konnte ich natürlich nicht übernehmen, wenn ich damit nur die mythischen Einheiten ausgewählt hätte. Aber... Jetzt geht es. Oder es sollte zumindest gehen. Ja. Macht das kaputt. Zerstört es. Vernichtetes Stadtzentrum. Verdammt. Der kommt schon wieder mit Truppen, ne? Ist ja unglaublich. Na gut. Der kann ja nicht da fertig kämpfen. Falls ihr die... töten könnt. Ich war sehr ganz cool. Und sonst halt nicht. Aber... Na noch. Okay. Okay. Weil... Ah. Es gab noch einen, ne? Und das Stadtzentrum haben wir zerstört. Erfolgreich. Neues aufbauen... Wäre zwar eine Möglichkeit, aber wahrscheinlich... holt er es wieder. Aber gucken mal. Okay. Und jetzt kommt wieder ein Angriff an der Seite. Wir könnten eigentlich da irgendwie die... Häuschen werden ganzen Schrott verzerstören. Häuschen werden ganzen Schrott verzerstören. Und seine Wertschacht runterzusetzen. Aber... Wir könnten gucken. Aber da oben hat er ja Truppen. Hm. Hm. Na so. Ja. Wunderbar. Jetzt hoffe ich, dass er... nicht das Stadtzentrum wieder aufbaut. Weil sonst war es wirklich... ein wenig für... nix. Burek. Und es ist natürlich extrem schade, dass unser Behemoth draufgegangen ist. Beziehungsweise unser Tempel... verstört wurde und dadurch der Behemoth draufgegangen ist. Ja, genau. Häuser zu sterben. Und dann nicht mal so viele Truppen haben kann. Okay, zwar zugegeben. Zuerst müsste ich die Truppen noch reduzieren. Nein, wenn er sie schon hat, hat er sie schon. Aber... Ja, das da. Hey. Okay. Wunderbar. Engpass. Ja, super. Hm. 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 Gut. Wunderbar. Es scheint da herum. Ents. Ja, nicht. Es ist noch nicht nur auch ein bisschen. Es ist noch nicht immer noch nicht. Es ist schon ein paar Zeraden. Ich bin jetzt noch ein bisschen... Guck. Hm. Wunderbar. So. Ok, jetzt kommen die ganzen Truppen wieder zurück, interessant, also, ah na, er hat es wieder aufgebaut, super, ja, das war jetzt hilfreich, muss man sagen, hm, 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 Ok, wo kommen wir noch, wo kommen wir noch, was da oben noch, ja, mal etwas, nein, oder, nein, gut, 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 da hat es auch nichts, hm, wir könnten eigentlich Kostler holen, ah, ja, natürlich, ah, da ist das Ding, das doch jetzt erschert, ok, jetzt vielleicht noch nicht, aber, gut, das hat jetzt nicht viel hingebracht, aber, ah, interessant, gut, äh, ich sehe jetzt gerade, wir sind sowieso langsam, weil 20 Minuten angekommen und in dem Fall versuchen wir es einfach weiterhin so, irgendwann einmal haben wir ihn dann schon fertig gemacht und wir sehen uns das nächste Mal, tschüss, ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.